hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem kanal carbonite gaming wir spielen diplomacy ist not an option und wir sind jetzt schon bei der neunten welle am tag 62 wir haben gerade die letzte welle gut übersteht standen haben jetzt hier 52 todesopfer zu beklagen die auch erstmal weg transportiert werden müssen hier aber schon das nächste riesen lager direkt vor der haustür und wir brauchen vor allem ganz viel holz wie wir sehen um unsere einheiten weiter aufzurüsten und ja legen wir einfach direkt los machen wir weiter gucken wir erstmal wie sieht es hier aus also die förster kriegen das offensichtlich super hin hier bäume zu pflanzen und das sägewerk kommt nicht hinterher das heißt wir können hier auf jeden fall schon mal nochmal ein zweites sägewerk platzieren und dann können wir die gleiche kombination eigentlich noch mal hier oben hinsetzen das heißt wir bauen wahrscheinlich noch als ihr seht holz ist eine echte mangelware der diplomacy ist not an option ist hat noch in der beta das heißt die manchmal sind noch einige dinge noch nicht ganz ausgereift aber eigentlich funktioniert schon ganz gut doch hier liegen wir haben viele aber letzten verloren weil ich die da so unnötigerweise in den kampf geschickt habe hier nach vorne wir sind zum glück nur zwei hammer kerle also haben zwei hammer kerle verloren und hier haben natürlich unsere ganzen sperrkämpfer geopfert um die erstmal aufzuhalten aber das hat gut funktioniert die taktik der korn speicher ist natürlich jetzt auch schon voll war ja klar aber das ist okay also wenn der konnte ich jetzt ja auch voll ist der bauernhof der sorgt auf jeden fall dafür dass wir immer genug nahrung krank kriegen soll das erst mal so sein haus 3 das können wir nicht noch weiter aufrüsten brauchen wir auch nicht so das sind die ganzen bauern hier die bringt es ja immer hier in diesen korn speicher okay wir bauen jetzt mal als nächstes ist wollen wir hier stufe 2 vom sägewerk auf ich glaube ich bin sogar noch stufe 3 vom sägewerk mal gucken weil die sind hier echt schnelle bäume pflanzen und kriegen das hier ganz gut auf die reihe und von den sägewerk könnten wir tatsächlich noch ein oder zwei brauchen so der toten gräber hier hat gut zu tun die müssen erstmal alle weg wir könnten die zeit jetzt mal nutzen um dieses lager hier aufzuräumen das gebe nämlich hart auf den keks und wie machen wir das am besten ich habe jetzt ja keine sperrkämpfer mehr ich glaube ich holz ne brauche ich gar nicht brauchen reisen dann lassen wir ein paar sperrkämpfer mal ja so die richtung hier steht ein katapult da steht ein katapult ok sehr gut massiver obelisk 1 beschäftigungsstatistiken massenheilung astralem schwirren ok jetzt die heiler hier eigentlich schon mit drin sieht hier irgendjemand und da ging das nicht weil wir kein holz hatten ich hatte doch eigentlich heiler produziert sind hier mhm okay und wir sind die verschollen so die toten gräber sind ganz fleißig 256 passen darauf 44 sind noch zu tun speicher ist voll es ist mal so ein bisschen wenig zeit zwischen den einzelnen also wir haben jetzt auch nur noch hier oben so eine großen lager und ansonsten ist um uns herum irgendwie gar nicht mehr so viel los ich meine ist ja ein endlos spiel also ich weiß nicht ob die lager sich dann wieder auffüllen ob die sukzessive regenerieren ob ich jetzt hier mal irgendwie beobachtungstürme überall hinstellen sollte kann ich ja eh nur begrenzt machen weil dieses bauherrenhaus geht ja auch nur also wir sehen jetzt hier genau aber wir könnten hier unten zum beispiel noch mal eins hinstellen das machen wir mal ja sagt er wieder nee ist nicht weil das bauherrenhaus nicht so weit geht ich dachte naja okay bis hier zu der grenze na 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 mal kurz warten das hat gefangen nämlich an die die untoten bestimmt aufzustehen ja gehen da leicht nach was sage ich darf ich ach hier sind die heiler guck mal okay ich stelle jetzt mal hier ein paar aber letzten schützen und drauf ab okay das muss jetzt nicht unbedingt sein na das stehen die nämlich schon auf hier in der nacht uncool aber gut die aber letzten schützen machen den jetzt relativ schnell den gar aus na gut aber so wird man sich so kann man sich auch der leichname entledigen sozusagen jetzt haben wir hier unsere heiler das ist schon mal sehr gut und dann werden wir bevor die nächste welle kommt mal noch das andere lager hier ausräuchern wie weit sind die jetzt hier mit der erforschung okay perfekt das heißt alle von denen sind dann jetzt auch da genau die wir jetzt hier mal die 1 2 dann aber hier aber letzten plus rohung schützen das ist dann die drei und dann haben wir hier natürlich die heiler jungs irgendwie irgendwo da und das ist dann die drei heiler ja das ist auch meine rede immer sind so alt für den scheiß also genau das war die sich hier irgendwie organisiert haben ach quatsch wir gehen einfach los noch und dass jetzt hier nicht erkranken weil die jetzt durch die stinkenden leichen latschen müssen das nächste leiche abtransportiert war deswegen gehen wir mal gleich hier direkt mal einfach durch totgräber sind ja schon fleißig und dann räumen wir mal hier gleich richtig das lager auf wichtig ist dass die heiler im hintergrund bleiben die hammerkerle müssen nach vorne die bohung schützen ihr haltet euch mal schön im hintergrund so positionieren stellung halten so dann kommt ihr jetzt und positioniert euch dahinter und ihr haltet auch schön die stellung genau und die hammerkerle sorgen jetzt für action die heiler stellen sich mal dahinter hin und heilen zur not wo notwendig weil die kommen ja gar nicht bis da ran so dann vorrücken ich lege jetzt mal von links rum oh rauf auf die dinger hier weg damit schon ist das lager geschichte ich bin hier von uns schon ergreppiert jetzt zurück kommt man jetzt hier erstmal zurück so ist ja schön dass da schon direkt das nächste gibt das nächste lager so die hammerjungs sind ja mega immer richtig spaß so jetzt spricht mal eine schöne position es ist denn eine richtige stadt hier heiler vorne nach vorne nach vorne nach vorne heiler nach vorne Und jetzt Attacke hier vor allem auf die Katapulte Das sieht doch tatsächlich so aus, als wenn wir hier ein großes Lager hätten Okay, können wir bitte mal hier die Katapulte platt machen? Die gehen mir richtig hart auf den Sack Das scheint ein großes Lager gewesen zu sein, oder? Hier, das Katapulte da auch noch platt machen Dankeschön So, heilen nicht vergessen So, ah, Holz kommt langsam auch wieder an Tour, sehr gut Und dafür hat natürlich auch das geholfen So, jetzt haben wir natürlich wieder so fokussiert auf das Lagerräumen Dass ich vermutlich ein bisschen verpasst habe, hier weiter meine Basis aufzurüsten Also, gucken wir doch mal Hier, das Holzlager ist auf jeden Fall schon mal gut gefüllt Die produzieren hier weiter fleißig Bäume Und wir machen hier jetzt mal ein reines Holzlager draus Das ist schon ein reines Holzlager Hier auch ein reines Holzlager Und hier wird es auch ein reines Holzlager Und hier sowieso ein reines Holzlager So, und dann haben wir nämlich hier ganz viel Holzlager Und dann können wir hier auch mal gleich noch ein Next Level Sägelwerk draus bauen So, dann haben wir das Dann können wir als nächstes mal schauen Was brauchen wir da für Gold Reiter Vorhut-Trupp Ist eigentlich nicht so, Vorhut brauchen wir nicht Wir brauchen eher zum Beispiel Armbrust-Schützen Weil davon haben wir einige versammelt So, die positionieren wir genau dann auch hier Wo haben wir denn jetzt zum Beispiel noch keinen Hier haben wir auf jeden Fall massiven Turm Das hängt jetzt wieder so ein bisschen davon ab Von wo der nächste Angriff kommt Jetzt kam ja der eigene Angriff Kam jetzt von hier oben Vielleicht können jetzt ja nur noch Angriffe von hier oben kommen Weil wir alle anderen schon gut ausgeräuchert haben Müssen wir mal drauf achten Okay, also wenn, dann können wir auch schnell noch agieren So, hier ist jetzt alles aufgeräumt Hier gibt es nichts mehr zu sehen Wunderbar Vielen Dank dafür Dann können jetzt hier die restlichen Sperrkämpfer noch ein bisschen aufräumen Okay Sind ich die Möglichkeit irgendwie angreifend? Gehe zur Position Angriff Ach doch, okay Gibt's Mit F Das müssen wir uns ja merken Damit die dann nämlich, äh, sich sozusagen Nicht wie beim letzten Mal an der Mauer dann da hinstellen Und anfangen versuchen da durchzukämpfen Und dann alle weggeschlachtet werden Sondern sich positionieren Und sobald wie dann die ersten Angriffe kommen Also In Feindesgebiet nur mit F bewegen Nieder mit dem Pöbel Die werden sich nochmal wagen Keine Steuern zu zahlen Ha, nie wieder Wir werden ja ein Exempel statuieren Ein für allemal So, okay Die bewegen sich dann so lange praktisch hier fort Bis die sozusagen dann auf den letzten Angreifer stoßen Okay, perfekt Dann kann es hier Einen Moment Erstmal Nee Positioniert euch erstmal ganz kurz Die Heiler müssen euch nämlich wieder erstmal hochheilen So, dann haben wir hier noch ein paar Abelästen Die holen sich mal hier noch den, das Stein Den, das Ihr wisst, was ich meine So, macht mal euren Job Perfekt So Die können wir jetzt mal hier rumroomen Perfekt, okay Die schnappen sich jetzt erstmal den Stützpunkt Wir müssen ein bisschen auf die Karte achten Damit wir dann sehen, wo der nächste Angriff herkommt Okay, das Pathfinding ist teilweise wirklich sehr verpackt Ein Baum stellt das größte Hindernis da Nee, hier nicht Ja, die Frage war aber berechtigt, ne Seriously? So Sind ja nun mal Heiler, keine Kämpfer, ne Können wir noch ein paar Hammerkerle bauen hier Die haben so gut funktioniert Wir haben dann doch auch ein paar verloren Wir brauchen Gold dafür, okay Äh, wir haben ja sehr viel Stein Wir können ja mal ein bisschen was Nee, das wollte ich nicht Ja, das wollte ich auch nicht Meine Güte Rückkehr Wir können ja mal ein bisschen was traden Marktplatz Wir wollen Gold Wir haben vier Stein Und wollen das zu Gold traden Boah, 160 Steine für 8 Gold Alter, Verwalter Ich will ich keinen Da nehme ich lieber nachwachsende Rohstoffe Das ist teuer Das ist sehr, sehr teuer Okay Ja, your orders are Guck mal hier gucken Geh mal hier gucken Ist das hier ein großes Vorkommen? Ja, mit 400 Es gibt nochmal so einen großen Stein Dinger Okay, verstanden Hey, haben wir schon echt gut aufgeräumt, ne Oh, oh, oh Hier gibt es noch Holz, die Holz Ja, danke Danke für die Danke für den Reminder Hätte ich so nie herausgefunden So, okay Schnappt euch mal hier den Kristall 67 Kristalle haben wir mittlerweile Ich hab das Gefühl, es läuft, ne So, hier haben wir schon ganz gut aufgeräumt Gucken wir, dass wir in die Richtung noch ein bisschen weiter gehen Weil hier gibt es ja noch durchaus das eine oder andere Lager Was wir dann nochmal bereinigen Oh, okay Der nächste Angriff Ich wusste es doch, es kommt aus der Richtung Ich hab es irgendwie geahnt Weil wir von den anderen beiden Richtungen mittlerweile gut aufgeräumt haben So, jetzt ist die Frage Wie kommen sie? Das sind ja alles noch normale Steinmauern hier, ne? Oh, 3 Minuten 18 Okay Wir nehmen mal jetzt hier die Mauern Und rüsten die erstmal alle auf Und dann rüsten wir hier auch noch auf So Das ist schon mal unser erstes Programm Dann bauen wir noch einen massiven Turm hier hinten hin Hinter die Linien Und dann können wir schon mal anfangen Einheiten vorzubereiten Der Herr hat schon wieder keinen Fisch Abriss Vorsicht, viel langweilt So In der Hoffnung, dass wir hier relativ schnell sind Mit dem Umbauen Ja, mal sehen Geht der sollte jetzt ja zack, 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 zack Und dann greifen die uns ja auch noch von hier oben an Aber hier haben wir ja schon Hier waren wir ja schon gut vorbereitet Also von hier kommen sie ja wieder Das ist ja das gleiche Lager wie zuletzt Und da können wir dann vielleicht den Angriff auch gut abwehren Weil wir hier ja schon gut aufgestellt waren Mit den Hammerkerlen und so Ne? Okay Oh, das funktioniert gut Das Luftschiff ist angekommen Geil Können wir nochmal zum Hammerkerle bauen? So Okay, unterstützen jetzt auch direkt mal alle Bauherren Hier fehlt ja noch eine komplette Mauer, oder? Wait Die muss jetzt erstes gebraucht werden, sorry, aber Noch eine Minute 57 Die Uhr deckt Hier stehen ja Katapulte Die werden wir auch brauchen für den Angriff Dann brauchen wir nochmal Katapulte für den anderen Angriff So Haben wir hier unten noch irgendwo Katapulte stehen, die wir abziehen können? Ja Abziehen hier hin Und abziehen hier hin So Da müssen die Leutchen schon mal alle hier hin Und die Leutchen schon mal hier hin Wir probieren das diesmal Dass wir Die Hammerkerle vorne aufstellen Hier vorne so als Linie Und dahinter die Heiler Gucken, ob die Taktik funktioniert Tick, tack, tack, tick Und die sollten eigentlich alle hier gegenlaufen Und dann hier so irgendwie anlanden Deswegen haben die wahrscheinlich hier auch mal die Mauer zerrissen Weil die hier nämlich dann alle standen Und dann Was sind denn meine anderen Jungs eigentlich alle? Ach, die kommen erst noch, okay, die kommen da gerade angewatschelt Okay, bei euch brauche ich ja auf jeden Fall auch noch hier, dann müsst ihr hier auch noch die Stellung halten Das konnte ich doch irgendwie, ach so, halten, shift, neuer Befehl, Befehl zum Zeitplan hinzufügen, ja Und ich will jetzt hier eher eine breite Linie haben, genau So, die sollen sich dann nämlich hier hinstellen Oder wir nehmen besser mal die hier Und die vier stellen wir dann hier hinter, die drei Und dann haben wir ja noch die Armbrustschützen Die Jungs, die positionieren wir genau dazwischen So Genau, die gehen erstmal schön da außen rum Okay Mauern sind alle verstärkt zum Glück Da muss nur noch das Tor verstärkt werden Und den massiven Turm werden wir nicht mehr hinkriegen So, dann brauche ich euch, Jungs Also, Moment Ihr stellt euch erstmal hier hin Ihr stellt euch dann direkt dahinter Und ihr seid dann Ja, da hinter Mal gucken Oder ich muss die aber letzten Schützen zurückziehen Werden wir sehen Ich muss erstmal gucken, von wo die alle kommen Oh, spannend, 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 spannend So, die Jungs sind hier alle auf dem Weg War das mit euch ja eigentlich Hoffentlich kommt ja noch rechtzeitig Äh, tipptipptä Und ich sehe noch keine Hammerkerle Da kommen sie alle an Hier kommen sie alle an Uiuiuiui Okay, und es scheinen auch welche hier lang zu kommen Die kommen ja hier von der kompletten Breite an Müssen wir sehen, ob die dann alle hier links lang laufen Ja Elchi, fangen wir lieber an zu rennen Oh my godness Okay Ähm, ne, das macht unseren Plan hier gerade ein bisschen zunichte Wir müssen die Jungs auf jeden Fall verteilen Ähm Okay, warte mal Also ich hoffe ja noch darauf, dass die hier noch den Turm fertig kriegen Ach, du ahnst es nicht Okay Die neunte Welle ist heavy Das sind aber noch nicht die Das sind nur die Normalen Ich bringe euch mal gerade erst mal noch ein bisschen in Sicherheit Eigentlich ist es Hier oben sind ja überall Schützen drauf Guck mal, eigentlich Kann ich ja hier überall noch mal Schützen draufstellen Alter Okay, das wird heftig Verteilt euch mal bitte Ich muss gucken, ob es passt Okay, Break Ich will es irgendwie möglichst weit Alter Schwede Ach du Scheiße Okay, also die kommen auf jeden Fall ja alle vorbei Und ich möchte es eigentlich am liebsten Sehr weit hinaus zögern Und deswegen positioniere ich euch mal So Zack Hab ich jetzt hier irgendwo noch Heiler gehabt oder nicht? Die sitzen jetzt hier oben Warte mal, ihr positioniert euch mal so Ich hoffe noch, dass die Heiler euch erreichen Zusätzlicher Schießbereich Okay Was sind das hier für welche? So Das sind die Eisenminenträger Nee, nee Was machst du denn? Du sollst doch da oben drauf bleiben Kloppo Okay, ihr steht alle hier Sinnlos in der Gegend rum Sehr gut Ach, Mano Ach du Scheiße Alter Okay Ich hab hier das Lager komplett weggeräumt Trotzdem kommen die halt aus der Richtung Aber sie gehen hier auf jeden Fall alle vorbei Das ist schon mal gut Das heißt, ich muss nur dafür zusehen Ich will nicht Ich versuche es noch hinaus zu zögern So weit wie es geht Von hier habe ich noch gar nichts gesehen Ah, da kommen sie an Okay Ihr positioniert euch jetzt gleich, ne? Steht Steht Break Okay So Jetzt muss ich mal gucken Ich habe ein bisschen Schiss, dass sie jetzt wieder umkesselt werden Deswegen Ihr greift Immer den Stärksten an Und ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass sie Nicht anfangen, die hier zu überlaufen Dass sie sozusagen auflaufen und sich um die herum schließen So Okay Wir versuchen Das sieht schon mal gut aus So Jungs Ihr haltet hier die Stellung Während ich jetzt mal versuche euch hier noch ein bisschen Unterstützung zu geben Von den Avalisten Oh, was hätte ich da das Ding? Sehr gut Eins Zwei Drei Vier Und du stellst dich ja wieder mit da hin Ach du Scheiße Und das hält er noch nicht auf, oder? Ne, da kommen wir noch mehr Okay, die staunen sich da erstmal schön Fuck, ey Boah, sind das viele They are millions Zurück, zurück Was macht ihr da? Deppen Heilt ihr auch eigentlich? Oder wie ist der Plan? Die Heilt ihr nicht, ne? Die werfen Steine sozusagen Oh, okay Hier passiert natürlich gerade gar nichts Während die Jungs hier gerade gut standhalten Okay, aber hier ist auch zum Glück nicht so viel, was hier ankommt Der Haupt-Impact ist ja tatsächlich hier Äh, was brauchen wir denn noch Ähm, wir brauchen Müssen wir hier die Die Katapulte noch besser aufstellen Einmal Zweimal Dreimal Okay, die Heiler bringen hier oben gar nichts Haben wir jetzt auch gelernt Die kommen aber auch nicht durch, ne? Die bleiben dann hier und, äh Okay, von den Hammerkernen ist keiner mehr übrig Scheiße Okay, also hier werden die bestimmt durchbrechen Da bin ich mir ziemlich sicher Ähm Wir brauchen Nicht genug Leute Okay Wo sind die denn alle? Ich hab doch 20 Sperrkämpfe ausgebildet Das hier ist egal Das hier Kann ich das teuer zumachen? Ja, okay Das kann schon mal zu sein So Und die hier funktionieren gerade richtig gut Aber wo sind da meine ganzen Sperrkämpfe? Ja, Sir Also hier unten sind noch ganz viele Die stehen übrigens super Und die können wir mal versuchen mal hier mit hinzubringen Die hier halten gerade richtig gut stand Und Ja, dann können wir mal die hier noch ein bisschen näher ran wollen Oh Ah, ist unser nächster plattgegangen Ihr müsst sie hier besser heilen, Leute Die Heilung funktioniert nicht ganz so gut Aber der ist schon wieder unkeilt So, also der hier Der Angriff ist Der Angriff ist hier gleich zurückgeschlagen So, wie sieht es denn hier aus? Ja Wow Okay, hier kriegen wir gleich ein richtiges Problem Hier mach ich jetzt erstmal das Tor zu So sicherheitshalber Äh, und da muss ich sozusagen mit meinen ganzen Mannschaften hier rumrennen In der Hoffnung Noch rechtzeitig zu kommen Bevor die mich hier platt machen So, hier kommen meine Sperrkämpfer Die gehen in die Richtung Sehr gut Wo sind denn die ganzen anderen Sperrkämpfer, die ich ausgebildet habe? Ich hatte doch nochmal 20 Sperrkämpfer Ach nee, ach, die habe ich ja losgeschickt Ich meine vom letzten Mal Ich Okay Okay, wir müssen hoffen, dass sie da oben aushalten Geht nicht anders So, ja, komm Mach es platt Platt, platt, platt Sehr gut Okay, das war's Jetzt, Männer's Geht's los Und zwar Wow Gut funktioniert Genau Euch brauche ich Aber ohne den Heiler, bitte Seid ihr jetzt hier vier? Ja Okay Die sind engagiert So, die rennen jetzt los Die kommen ja auch an Achso Kämpfen hier gerade noch gegen Zombies Zombiehorn Oh, es rennt Okay, aber das hält ja lange aus Aber das hier Hält gleich nicht mehr so lange aus Und Ja Wie mache ich das denn hier am besten? Wir machen mal das Tor hier wieder auf So Und dann versucht ihr mal Euch hier durchzukämpfen Halt Halt Weapons Draht Ah, gucken Ob das funktioniert jetzt Äh, Moment Jetzt nochmal an, genau Ja, ja, I know, I know Okay, haben die denn schon mal platt gemacht? Oh fuck Das Tor fällt gleich Gleich das Tor Oh no, das Tor ist much Oh no Oh no Ähm Okay, aber die halten jetzt ja hier ein bisschen die Stellung, oder? Ja, Sir Zurück zu, äh, zurückziehen Nein So Du, ziehst du mir auch ein bisschen zurück hier Nein, ich gern euch Okay Warum machen wir das jetzt nicht so funktionieren? Aber egal, wir lassen das jetzt mal so Können sich die jetzt hier erstmal hinstellen Ähm, dann Nein Mann Ihr stelle ich hier Genau Und klappt denn das nicht? So, dann hätte ich jetzt gerne hier meine Heiler, Jungs Kriegt die irgendwie zu fassen? Ne Räuber mit Mistgabel Genau Perfekt Perfekt Bevor ihr mir ja nämlich drauf geht Ihr müsst sozusagen Oh oh oh, da ist er auch schon durchgebrochen Oh no Okay, wir müssen hier heilen Wir müssen hier, äh, wir müssen hier, wir müssen hier die Stellung halten Ähm, ja geil Okay Hier räumen die jetzt schutzlang schon mal auf Oh, das läuft ja doch besser als gedacht Weih, es waren so viele, oder? Es waren so krass viele So, und die hier machen auch gerade richtig gut Action So, und die greifen jetzt hier auch einmal Machen jetzt hier einmal, weil wir jetzt hier einmal auf So Ja, 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 ja I know, I know, I know Kick sie alle nieder Okay, wie sollen wir durch die Gegend fliegen? Okay Okay, das war gerade echt, ähm Jetzt noch die Hammerkerle am Start Sehr gut Ey, Leute Wir haben's geschafft Oh mein Gott Wir haben's geschafft Wow Ey, ganz ehrlich Ich hätt's nicht gedacht an der Stelle Ich hätt's wirklich nicht gedacht Wir haben jetzt noch sechs Tage Zeit bis zur nächsten Welle Wir machen an der Stelle jetzt wieder eine Pause Ähm Krasserscheiß Wir schlagen uns richtig gut Also das waren gerade ja richtig viele Menschen Also Menschen Nennen wir sie nicht Menschen Die sind Räuber Nennen wir sie Gesinde Pöbel Nicht-Steuerzahler Denen wir jetzt hoffentlich beigebracht haben Mit uns nicht Die Obrigkeit siegt immer Und von daher Wir wollen ja nicht politisch werden, ne? Ne, das mal lieber Genau Von daher an der Stelle machen wir eine Pause Und ich danke euch sehr, dass ihr dabei gewesen seid Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gemacht wie mir Und schauen wir doch mal Wie die Welle 10 wird Ich bin sehr gespannt Welle 9 war es ja auf jeden Fall schon sehr Sehr übermächtig Und von daher Ja, mal gucken, was uns nächstes Mal erwartet Also bis dahin Ich wünsche euch noch Einen schönen Abend Tag Morgen Wann auch immer ihr gerade das Video schaut Bleibt gesund Tschüss Ich wünsche euch noch mal Ich wünsche euch noch mal